Fünftes Kapitel, indianisches Meisterstück, 5a. Die Rolling Prairie lag im Mittag Sonnenglanze. Hügel auf Hügel, mit dichtem Grase, dessen Halme sich im leisen Winde bewegten, bewachsen, glich sie einem Smaragdsee, dessen Wellen plötzlich erstarren mussten. Eine dieser festgewordenen Wogen glich in Beziehung auf Länge, Gestalt und Höhe der anderen, und wenn man aus einem der Wellentäler in das andere kam, hätte man das Letztere mit dem Ersteren verwechseln können. Nichts, gar nichts rundum als Wellenhügel, so weit der Horizont reichte. Wer sich hier nicht nach dem Kompass oder dem Stande der Sonne richtete, der musste sich verirren, wie der Laie im kleinen Bote sich auf der weiten See verirrt. In dieser grünen Einöde schien es kein Lebewesen zu geben. Nur droben hoch in den Lüften zogen zwei schwarze Hühnergeier, scheinbar ohne die Flügel zu bewegen, ihre Kreise. Sollten sie wirklich die einzigen Geschöpfe sein, die es hier gab? Nein, denn soeben ließ sich ein kräftiges Schnauben vernehmen, und hinter einem der Wellenberge kam ein Reiter hervor, und zwar ein höchst sonderbar ausgestatteter Reiter. Der Mann war von gewöhnlicher Gestalt, weder zu groß noch zu klein, weder zu dick noch zu dünn, schien aber kräftig zu sein. Er trug lange Hosen, Weste und kurze Jacke, welche Kleidungsstücke aus wasserdichten Gummistoffe gefertigt waren. Auf dem Kopf saß ein Korkhut mit Nackentuch, wie die englischen Offiziere in Ostindien und anderen heißen Ländern zu tragen pflegen. Die Füße steckten in indianischen Mokassins. Die Haltung dieses Mannes war diejenige eines geübten Reiters. Sein Gesicht? Ja, dieses Gesicht war eigentlich ein sehr sonderbares. Der Ausdruck desselben war geradezu dumm zu nennen, und zwar nicht etwa ausschließlich durch die Nase, welche zwei ganz verschiedene Seiten hatte. Auf der linken Seite war sie weiß und hatte die leicht gebogene Gestalt einer gewöhnlichen Adlernase. Auf der rechten Gesichtsseite war sie dick, wie geschwollen und von einer Farbe, welche man weder rot noch grün noch blau nennen könnte. Eingerahmt wurde dieses Gesicht von einem Kehlbarte, dessen lange, dünne Haare vom Halse aus bis über das Kinn hervorstarrten. Der Bart wurde gestützt durch zwei riesige Vatermörder, deren bläulicher Glanz verriet, dass der Reiter es in der Prärie vorzog, Gummiewäsche zu tragen. An die Steigbügelriemen war rechts und links je ein Gewehr, dessen Kolben neben dem Fuße des Reiters auf dem schuhartigen Bügelstand geschnallt. Quer vor dem Sattel hing eine lange Blechrolle oder Kapsel, deren Zweck wohl kaum zu erraten war. Auf dem Rücken trug der Mann einen Ledertornister mittlerer Größe und darauf einige blecherne Gefäße und sonderbar geformte Eisendrähte. Der Gürtel war breit, auch von Leder, und glich einer sogenannten Geldkatze. Vor ihm hingen mehrere Beutel nieder, vorn blickten die Kolben oder Griffe eines Messers und mehrere Revolver heraus, und hinten waren zwei Taschen, welche man für Patronenbehälter halten musste, daran befestigt. Das Pferd war ein gewöhnlicher Gaul, nicht zu gut und nicht zu schlecht für die Strapazen des Westens. Es war an ihm gar nichts Besonderes zu bemerken, als dass er als Schabracke eine Decke trug, welche sicherlich viel Geld gekostet hatte. Der Reiter schien anzunehmen, dass sein Pferd mehr Prärieverstand besitze als er, wenigstens bemerkte man nicht, dass er demselben die Richtung gab, er ließ es laufen, wie und wohin es ihm beliebte. Es schritt durch einige Wellentäler, kletterte dann einen Hügel hinauf, trollte drüben wieder hinab, fiel einmal freiwillig in den Trab, ging wieder langsamer, kurz der Mann mit dem Korkhelme und dem erzdummen Gesichter schien kein bestimmtes Ziel, aber viel Zeit und Muße zu haben. Plötzlich blieb das Pferd stehen, es spitzte die Ohren, und der Reiter schreckte leise zusammen, denn vor ihm, es war nur nicht zu sehen, woher eigentlich, ließ sich eine scharfe, befehlende Stimme hören, Stopp! Keinen Schritt weiter, oder ich schieße! Wer seid ihr, Master? Der Reiter blickte auf, vor sich, hinter sich, nach rechts und nach links, es war kein Mensch zu sehen. Er verzog keine Miene, zog den Deckel von der langen, rollenförmigen Blechkapsel, welche vorn quer über den Sattel hing, schüttelte ein Fernrohr heraus, schob die Glieder in desselben auseinander, sodass es wohl fünf Fuß lang wurde, kniff das linke Auge zu, hielt das Rohr vor das rechte und richtete es gegen den Himmel, den er eine Weile ganz ernsthaft und angelegentlich beguckte, bis dieselbe Stimme sich lachend vernehmen ließ, schiebt doch eure Sternenröhre wieder zusammen, ich sitze nicht auf dem Monde, der auch gar nicht zu sehen ist, sondern hier unten auf der alten Mutter Erde und nun sagt mir, woher ihr kommt. Der Reiter schub dem Befehle gehorchend das Rohr zusammen, steckte es in die Kapsel, verschloss dieselbe sorgfältig und langsam, als ob er gar keine Eile habe, deutete dann mit der Hand hinter sich und antwortete, von daher, das sehe ich, mein alter Boy, und wo wollt ihr hin? Dorthin, antwortete der Gefragte, indem er mit der Hand nun nach vorwärts zeigte. Ihr seid wirklich ein köstlicher Junge, lachte der noch immer unsichtbare Inquirent. Da ihr euch aber nun einmal auf dieser gebenedeiten Prärie befindet, vermute ich, dass ihr die Gebräuche derselben kennt. Es treibt sich hier so viel fragwürdiges Gesindel umher, dass ein ehrlicher Mann gezwungen ist, jede Begegnung etwas scharf zu nehmen. Zurück könnt ihr in Gottes Namen reiten, wenn es euch gefällig ist. Wollt ihr aber vorwärts, wie es allen anscheinert, so müsst ihr uns Rede und Antwort stehen, und zwar der Wahrheit gemäß. Also, heraus damit, woher kommt ihr? Von Schloss Castlepool, antwortete der Mann im Tone eines Schulknaben, welcher sich vor dem strengen Gesichte des Lehrers fürchtet. Von Schloss Castlepool? Das kenne ich nicht. Wo ist dieser Ort zu finden? Auf der Landkarte von Schottland, erklärte der Reiter, in dem sein Gesicht fast noch dümmer wurde als vorher. Gott, segne euren Verstand, Sir! Was geht mich Schottland an? Und wohin reitet ihr? Nach Kalkutta. Mir auch unbekannt, wo liegt denn dieser schöne Ort? In Ostindien. Leckaday! So wollt ihr also an diesem sonnigen Nachmittag von Schottland aus über die Vereinigten Staaten nach Ostindien reiten? Heute nicht ganz. So! Würdet es wohl auch nicht leicht machen können. So seid ihr wohl ein Englishman? Yes! Und von welcher Profession? Lord! Alle Wetter! Ein englischer Lord mit einer runden Hutschachtel auf dem Kopfe. Euch muss man sich genauer besehen. Komm, Ankel! Der Mann wird uns wohl nicht beißen. Ich habe alle Lust, seinen Worten Glauben zu schenken. Entweder ist er übergeschnappt oder wirklich ein englischer Lord mit fünf Meter Spleen und zehn Hektoliter Leberleiden. Jetzt wurden auf der Höhe des nächsten Wellenhügels zwei Gestalten, welche dort im Grase gelegen hatten, sichtbar. Eine lange und eine sehr kleine. Beide waren ganz gleich gekleidet, ganz in Leder wie echte, richtige Westmänner. Selbst ihre breitkrempigen Hüte waren von Leder. Die Gestalt des Langen stand steif wie ein Pfahl auf dem Hügel. Der Kleine war buckelig und hatte eine Habichtsnase, deren Rücken fast so scharf wie ein Messer war. Auch ihre Gewehre waren von gleicher Konstruktion, alte, sehr lange Rifles. Der Kleine Bucklige hatte das Seinige mit dem Kolben auf die Erde gesetzt und doch ragte die Mündung des Laufes noch um einige Zoll über seinen Hut hinaus. Er schien der Sprecher der beiden zu sein, denn während der Lange noch kein Wort gesagt hatte, fuhr er jetzt fort, »Bleibt noch halten, Master, sonst würden wir schießen. Wir sind noch nicht miteinander fertig.« »Wollen wir wetten?« fragte der Engländer hinauf. »Was? Zehn Dollar oder fünfzig oder hundert Dollar, ganz wie viel euch beliebt. Worauf? Dass ich euch eher erschieße als ihr mich. Dann würdet ihr verlieren. Weint ihr, »Wal?« Setzen wir also hundert Dollar.« Er griff nach hinten an die eine Patronentasche, zog sie nach vorne, öffnete sie und nahm einige Banknoten heraus. Die beiden obenstehenden sahen einander erstaunt an. »Master«, rief der Kleine, »ich glaube, ihr macht wirklich ernst.« »Was denn sonst?« fragte der Englischmann verstaunt. »Das Wetten ist meine Passion, das heißt, ich wette gern und bei jeder Gelegenheit.« Und tragt eine ganze Tasche voll Banknoten in der Prärie herum. »Könnte ich wetten, wenn ich kein Geld bei mir hätte? Also hundert Dollar, sagt ihr? Oder wollt ihr noch mehr setzen? Wir haben kein Geld.« »Das tut ja gar nichts, ich schieße es euch einstwallend vor, bis ihr mich bezahlen könnt.« Er sagte das mit solchem Ernste, dass der Lange vor Verwunderung tief Atem holte und der Bucklige und geradezu betroffen ausrief, »Uns, morgen, bis wir bezahlen können, ihr seid also sicher zu gewinnen?« »Sehr.« »Aber, Master, um zu gewinnen, müsstet ihr uns eher erschießen, als wir euch, als Tote, aber könnten wir euch nicht bezahlen. Bleibt sich gleich, ich hätte doch gewonnen und habe so viel, dass ich euer Geld nicht brauche.« »Ankel,« meinte der kleine Kopfschüttelnd zu dem Langen, »so einen Boy habe ich weder schon gesehen noch gehört. Wir müssen hinab zu ihm, um ihn näher zu betrachten.« Er kam mit schnellen Schritten herab, und der Lange folgte ihm steif und in kerzengerade Haltung, als ob er eine Bohnenstange im Körper habe. Unten im Wellenthaler angekommen, sagte der Bucklige, »Steckt euer Geld wieder ein, aus der Wette kann nichts werden, und nehmt den Rat von mir an, lasst diese Banknotentasche niemanden sehen. Ihr könntet es zu bereuen haben oder gar mit dem Leben büßen. Ich weiß wirklich nicht, was ich von euch denken und aus euch machen soll. Es scheint nicht ganz richtig in eurem Kopf zu sein. Wir wollen euch einmal auf den Zahn fühlen, und kommt also mit nur wenige Schritte weiter.« Er streckte die Hand aus, um das Pferd des Engländers am Zügel zu fassen. Da glänzten in den beiden Händen desselben zwei Revolver, und er rief in kurzem, strengen Tone, »Hand weg, oder ich schieße!« Der Kleine fuhr erschrocken zurück und wollte sein Gewehr heben. »Unten lassen! Keine Bewegung, sonst drücke ich los!« Die Haltung und das Gesicht des Engländers hatten sich plötzlich außerordentlich verändert. Das waren nicht die dummen Züge von vorher, und aus den Augen blitzte eine Intelligenz, eine Energie, welche den beiden anderen die Worte benahm. »Meint ihr wirklich, dass ich verrückt bin?« fuhr er fort, »und haltet ihr mich wirklich für einen Menschen, vor welchem ihr euch gebärden könnt, als ob die Prärie nur euer Eigentum sei?« »Da ehrt ihr euch.« Bisher habt ihr mich gefragt, und ich antwortete euch. »Nun aber will auch ich wissen, wen ich vor mir habe. Wie heißt ihr und was seid ihr?« Diese Fragen waren an den Kleinen gerichtet. Er sah in die scharf forschenden Augen des Fremden, die einen ganz eigenartigen Eindruck auf ihn machten, und antwortete halb ärgerlich und halb verlegen, »Ihr seid hier fremd, darum wisst ihr es nicht, aber man kennt uns vom Mississippi an bis hinüber nach Frisco, nach San Francisco, als ehrliche Jäger und Fallensteller. Wir sind jetzt unterwegs nach den Bergen, um eine Gesellschaft von Bibermännern zu suchen, der wir uns anschließen können. »Ral, und eure Namen?« »Unsere eigentlichen Namen können euch nichts nützen. Mich nennt man den »Humplebel«, »weil ich leider bucklig bin, worüber ich aber noch lange nicht Lust habe, vor Gramm zu sterben, und meine Kamerad hier ist nur als ganz dick Ankel bekannt, weil er stets so steif in der Welt herumläuft, als ob er einen Ladestock verschluckt hätte. So, nun kennt ihr uns und werdet uns auch über euch die Wahrheit sagen, ohne dumme Witze zu machen.« Der Engländer betrachtete sie mit einem durchdringenden Blicke, als ob er ihnen bis tief in das Herz zu sehen wünsche. Dann nahmen seine Züge einen freundlichen Ausdruck an. Er nahm ein Papier aus der Banknotentasche, faltete es auseinander, reichte es den beiden hin und antwortete, »Ich habe nicht gescherzt, da ich euch für brave und ehrliche Leute halte, so sollt ihr diesen Pass ansehen.« Die beiden sahen und lasen, blickten einander an, dann riss der Lange die Augen und den Mund möglichst weit auf, und der Kleine sagte, diesmal in einem sehr höflichen Tone, »Wirklich ein Lord, Lord Castlepool, aber, mein Lord, was wollt ihr in der Prärie? Das Leben steht euch.« »Schau!« unterbrach ihn der Lord. »Was ich will?« »Die Prärie und das Felsengebirge kennenlernen und dann nach Frisco gehen. War schon überall in der Welt, nur in den Vereinigten Staaten noch nicht. Doch, jetzt sind wir einander vorgestellt und brauchen nicht mehr fremdzutun. Kommt also zu euren Pferden. Ich meine nämlich, dass ihr Pferde habt, obgleich ich sie noch nicht gesehen habe. Freilich haben wir welche. Sie stehen da hinter dem Hügel, wo wir anhielten, um auszuruhen. So folgt mir hin.« Seinem Tunen nach war er jetzt derjenige, welcher ihnen, anstatt sie ihm, Vorschriften zu machen hatte. Er stieg vom Pferde und schritt ihnen voran, in dem Wellentale weiter bis hinter den Wellenberg, wo zwei Pferde grasten, welche zu derjenigen Sorte zu gehören schienen, welche im vulgärdeutsch Klepper, Ziegenbock oder gar Krake genannt zu werden pflegen. Sein Pferd war ihm dabei wie ein Hund nachgelaufen. Die beiden Pferde kamen auf dasselbe zu, es wierte aber zornig und schlug gegen sie aus, um sie von sich zu treiben. »Eine giftige Kröte,« meinte Hampelibill dazu, »scheint ungesellig zu sein.« »Oh nein,« antwortete der Lord, »er weiß bloß, dass ich noch nicht nahe Verwandt mit euch bin und will also mit euren Pferden einstweilen auch fremd bleiben.« »Einer ist wirklich so klug, man sieht es ihm nicht an, scheint ein Ackerpferd gewesen zu sein.« »Oh, es ist ein echter kurdischer Husan, ein Hengst, wenn ihr gütigst erlaubt.« »So, wo liegt denn dieses Land?« »Zwischen Persien und der Türkei.« »Habe ihn selbst dort gekauft und mit nach Hause genommen.« Er sagte das in einem so gleichgültigen Tone, als ob es ebenso leicht sei, ein Pferd aus Kurdistan nach England und von da wieder hinüber nach den Vereinigten Staaten zu transportieren, wie einen Kanarienvogel von dem Harze nach dem Thüringer Walde zu bringen. Die beiden Jäger warfen einander verstohlene Blicke zu. Er aber setzte sich ganz ungeniert in das Gras, wo sie vorher gesessen hatten. Dort lag eine angeschnittene, gestern gebratene Rehkeule. Er zog sein Messer, schnitt ein tüchtiges Stück herunter und begann zu essen, als ob das Fleisch nicht den anderen, sondern ihm gehöre. »So ist's recht,« meinte der Bucklige, »nur keine Umstände machen in der Prärie.« »Mache sie auch nicht,« antwortete er. »Habt gestern Ihr Fleisch geschossen, so schieße heute oder morgen ich welches natürlich auch für Euch mit.« »So,« meinte der Milord, »dass wir morgen noch beisammen sein werden?« »Morgen und noch viel länger, wollen wir wetten? Ich setze zehn Dollar und auch mehr, wenn Ihr wollt.« Er griff nach der Geldtasche. »Lasst Eure Banknoten hinten,« antwortete Humbley. »Wir wetten nicht mit.« »So setzt euch hier zu mir,« »will es Euch erklären.« Sie ließen sich ihm gegenüber nieder. Er musterte sie nochmals mit einem scharfen Blicke und sagte dann, »Bin denn nach Kanzas heraufgekommen und in Mulvan ausgestiegen.« »Wollte dort einen Führer engagieren oder zwei, fand aber keinen, der mir gefiel.« »War lauter Schund, die Kerls.« »Bin also fortgeritten, weil ich mir sagte, dass echte Präriemänner wohl nur in der Prärie zu finden sind.« »Treffe jetzt Euch und Ihr gefallt mir.« »Wollt Ihr mit?« »Wohin denn?« »Nach Frisco hinüber.« »Das sagt Ihr so ruhig, als ob es nur ein Tagesritt sei. Es ist ein Ritt. Ob er einen Tag oder ein Jahr dauert, das bleibt sich gleich.« »Hm, ja. Aber habt Ihr eine Ahnung von dem, was einem unterwegs begegnen kann?« »Habe noch nicht daran gedacht, hoffe aber, es zu erfahren.« »Wünscht Euch nicht zu viel. Übrigens können wir nicht mit. Wir sind nicht so reich, wie Ihr es zu sein scheint. Wir leben von der Jagd und können also keinen monatelangen Abstecher nach Frisco machen. »Ich bezahle Euch.« »So, na?« »Dann würde sich über die Sache sprechen lassen. Könnt Ihr schießen?« Es war ein fast mitleidiger Blick, den der Buckliger auf den Lord warf, als er antwortete, »Ein Präriejäger und schießen, das ist fast noch schlimmer, als ob Ihr fragt, ob ein Bär fressen könne. Beides ist genauso selbstverständlich wie mein Buckel.« »Möchte aber doch eine Probe sehen.« »Könnt Ihr die Geier von da oben herunterholen?« Humpley maß die Höhe, in welcher sich die beiden Vögel wiegten mit den Augen und antwortete, »Warum nicht? Ihr freilich würdet es uns mit Euren beiden Sonntagsflinten nicht nachmachen.« Er deutete auf das Pferd des Lords. Die Gewehre hingen noch an den Bügelriemen. Sie waren blank geputzt, sodass sie ganz wie neu aussahen, was dem Westmann ein Gräuel ist. »So schießt«, gebot der Lord, ohne auf die letzte Behauptung des Buckligen zu achten. Dieser stand auf, legte sein Gewehr an, zielte kurz und drückte ab. Man sah, dass der eine der Geier einen Stoß erhielt. Er schlug flatternd die Flügel, suchte sich zu halten, doch vergebens. Er musste nieder, erst langsam, dann schneller. Endlich zog er die Flügel an den Leib und fiel, wie ein schwerer Klumpen, senkrecht zur Erde nieder. »Na und, Milord, was sagt er dazu?« fragte der kleine Schütze. »Nicht übel«, lautete die kalte Antwort. »Was? Nicht übel nur, bedenkt diese Höhe und dass die Kugel den Vogel gerade ins Leben traf, denn er war schon in der Luft tot. Jeder Kenner hätte das einen Meisterschuss genannt. »Ja, der Zweite«, nickte der Lord dem langen Jäger zu, ohne auf den Vorwurf des Kleinen einzugehen. Ganz dick Ankel erhob sich steif vom Boden, stützte sich mit der Linken auf seine lange Rifle, erhob die Rechte wie ein Deklamierender, wendete das Auge gen Himmel zu dem zweiten Geier und sprach in pathetischem Tone »Wandelt der Aar in Gefilden der Lüfte, blickt er herab auf die Grüfte und Schlüfte, denkt mit Sehnsucht des Asens voll Düfte, ich aber schieß ihn tot in die Hüfte.« Bei diesen improvisierten Reimen war seine Pose so steif und eckig wie diejenige eines Gliedermannes. Er hatte bisher noch kein einziges Wort gesprochen, desto größeren Eindruck musste dieses herrliche Poem machen. So dachte er. Darum ließ er den erhobenen Arm sinken, wendete sich gegen den Lord und blickte diesen mit stolzer Erwartung an. Der Engländer hatte längst wieder sein dummes Gesicht angenommen, jetzt zuckte es in und auf demselben, als ob das Lachen mit dem Weinen kämpfe. »Habt ihr es richtig gehört, Milord?« fragte der Bucklige, »Ja, der Anstieg Gangl ist ein feiner Kerl, er war Schauspieler und ist jetzt noch ein Dichter. Er spricht blutwenig, aber wenn er einmal den Mund auftut, so redet er nur in Engelszungen und das heißt in Reimen.« »Wahl!« nickte der Engländer, »ob er in Reimen oder in Gurkensalat redet, das ist nicht meine, sondern seine Sache, aber kann er schießen?« Der lange Dichter zog den Mund bis an das rechte Ohr und warf die Hand weit von sich, was eine Bewegung der Verachtung sein sollte. Dann erhob er seine Rifle zum Zielen, setzte sie aber wieder ab. Er hatte den rechten Augenblick versäumt, denn während seines dichterischen Ergusses hatte das Geierweibchen erschrocken über den Tod ihres Männchen beschlossen, sich davon zu machen. Der Vogel hatte sich schon weit entfernt. »Es ist unmöglich zu treffen,« sagte Hampley, »meinst du nicht, Ankel?« Der Gefragte hob beide Hände gen Himmel nach dem Punkte, an welchem man den Geier erblickte, und antwortete in einem Tone, als ob er Tote erwecken wolle, »Es tragen ihn die Flügel fort über Tal und Hügel. Er ist mit großen Bonnen nun leider mir entronnen, und wer ihn nun will kriegen, schnell hinter dreien mag fliegen.« »Ansinn!« rief der Lord. »Meint ihr wirklich, dass er nicht mehr zu treffen ist?« »Ja, Sir,« antwortete Hampley, »kein Old Firehand, kein Winnetou, kein Old Shatterhand, man möchte ihn jetzt noch herunterzuholen, und das sind doch die drei besten Schützen des fernen Westens.« »So!« Während der Lord dies mehr hervorstieß, als deutlich aussprach, ging ein helles, blitzartiges Zucken über sein Gesicht. Er trat schnell zum Pferde, nahm eines der Gewehre vom Riemen, entfernte die Sicherung, legte an, zielte, drückte ab, alles wie in einem einzigen kurzen Augenblicke. Lies das Gewehr wieder sinken, setzte sich nieder nach der Rehkeule, um sich noch ein Stück von derselben zu schneiden, und sagte, »Nun, war er zu treffen oder nicht?« Auf den Gesichtern der beiden Jäger lag der Ausdruck des höchsten Erstaunens, ja der Bewunderung. Der Vogel war getroffen, und zwar gut, denn er fiel mit zunehmender Schnelligkeit in einer sich verengenden Schneckenlinie zur Erde nieder. »Wonderful«, rief Hampley ganz begeistert aus, »Milord, wenn das nicht ein Zufall!« Er hielt inne. Er hatte sich nach dem Engländer umgedreht und sah diesen kauend am Boden sitzen, den Rücken nach der Seite gerichtet, wohin der Meisterschuss gerichtet gewesen war. »Das war doch kaum zu glauben!« »Aber, ihr habt es ja gar nicht beobachtet!« »Er ist nicht nötig!« »Ich weiß es doch! Meine Kugel geht nie fehl!« »Aber dann seid ihr ja ein Kerl, der es wenigstens, was das Schießen betrifft, mit den drei berühmten Männern, deren Namen ich vorhin nannte, getrost aufnehmen kann. Oder nicht, Ankel?« Der famose Ladestock-Onkel stellte sich abermals in Positur und antwortete mit beiden Händen gestikulierend, »Getroffen ist der Geier! Der Schuss war ungeheuer! Ich muss auf Ruhm verzichten!« »Und höre auf zu dichten!« fiel der Engländer ihm in die Rede. »Wozu diese Reime und das Geschrei? Ich wollte wissen, was für Schützen ihr seid. Nun setzt euch wieder her und lasst uns weiter verhandeln. Also, ihr geht mit mir und ich bezahle euch die Reise. Einverstanden?«